Du hast mich ordentlich reingritten. Und ich bin dann mit dem Teil noch dort gegangen die ganze Zeit und du so, ja ich muss leider zutaten, schade. Willst du auch noch einen? Wir haben aber nur noch den. Wurscht. Scheiße, der schmeckt so gut, ich kann gar nicht mehr aufhören. Weiß noch, wie es uns gegangen ist auf den? Na servas. Schreibt er jetzt auch, oder was? Nein, meine Mama. Soll ich jetzt rückschreiben, einmal senden reicht? Ja bitte, bitte dreimal abschicken. Hast du von deiner wieder was gehört? Nein, jetzt schon länger nicht mehr. Wurscht, trink mir was. Prost. Prost auf bessere Tuppen. Geht bitte, wenn es jetzt schon so anfängt. Eigent mich halt. Na ja, bist halt auch mal versetzt worden. War scharf aber schon. Geht bitte, da krieg ich gleich wieder Bauchweh. Was sind die Bohnen? Nein, das sind meine Tage. Schauen wir eigentlich Film oder Serie? Serie. Ich bin am Duo. Ich verstehe das jetzt nicht. Du verstehst nicht. Na ja, der eine Typ, der hat doch letzt... Entschuldige, was? Muscht, ich komme einfach mit den Fragen durcheinander. Und das ist der eine, der mit der einen verheiratet ist und ein Kind hat. Und jetzt ist er mit der Sekretärin vom... Hallo? Wo? Hm? Tu. Er ist mir hier auch drunter. Okay. Ja. Wicke. Entschuldigung, aber der Typ schreibt mir. Der Typ... Der Typ vom Würstelstand. Der Typ, der dich zweimal versetzt hat. Bitte, jetzt du nicht so. Der kommt her. Was? Scheiße, der kommt jetzt her. Was jetzt? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Kannst du mal aufmachen? Nisa, machst du bitte die Tür auf? Hallo? 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 Äh, hallo? Hi. Schuh kannst du anlassen. Komm gleich. Okay. Magst du was trinken? Wir haben aber leider nur mehr Wasser. Ja. Wenn du denn so hast. Hallo. Hallo. Magst du was trinken? Ich hab grad ein Wasser bekommen. Und du hast gleich hergefunden? Ein Kollege von mir wohnt ums Eck. Super. Tja, Leute. Ich geh jetzt schlafen. Ich hab morgen noch eine Konferenz. Gute Nacht. 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 Gute Nacht, Gute�, вход. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020